Hallo, mein Name ist Haufe Sebastian und wir befinden uns hier am Tag der offenen Tür im Artilleriebataillon 131 in Weiden. Wir haben hier ein großes Portfolio aller möglichen statischen oder dynamischen Waffenschauen. Wir können hier einen Einblick erharren in das Leben eines Soldaten in der Grundausbildung sowie wie kleide ich mich und die Blaulichtmeile mit der Feuerwehr, dem technischen Hilfswerk, alle die zusammen in einem riesen Netzwerk arbeiten, Uniformträger sowie Zivilisten, die quasi die Bundeswehr zusammenbilden. Die Bundeswehr, die sich mit der Karte und dem einen platzischen Hilfswerk prägen wir von Ihnen gehen. Die Bundeswehr, die Karte und die Liste, die zu halen der Reichsskarten wollen. Das ist ein ganzes Zeugger, dass wir die Karte haben, die Karte und die Karte, der sich mit dem Holzbäck und Ant Beamten befinden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.